Hallo, heute präsentiere ich euch ein weiteres Lego Modell von mir und zwar ist das heute mein Mini Lego Space Shuttle. Diesmal ist es ein ziemlich kleines Modell, aber dennoch nicht einfaches Modell. Warum kein einfaches Modell, das werde ich euch später noch zeigen, aber hier nochmal der Rundumblick. Ja, ich finde eigentlich für diese kleine Größe sieht das eigentlich ganz gut aus, vor allem auch hier bei den Flügeln mit diesem Schwarz und Weiß hier auch. Das Einzige, was jetzt hier nicht ganz stimmt, das ist hier hinten mit dem Antrieb. Normalerweise sind es ja drei große Antriebe, bei mir sind es unten vier kleine, aber aufgrund dieser Größe ging das leider nicht anders. Ja, ansonsten war es das hier mal zum Äußerlichen. Und trotz dieser Größe hat dieses Space Shuttle auch eine Funktion, die ich euch jetzt gleich mal zeigen werde. Bevor ich jetzt vergesse, hier noch schnell der Vergleich zu einer Minifigur, damit man mal sieht, wie groß dieses Space Shuttle tatsächlich ist. Ja, wie gesagt, jetzt zu der Funktion, so ein Space Shuttle transportiert hier auch normalerweise einen Satellit und genau das kann mein Space Shuttle hier auch. Und zwar lässt sich hier in der Mitte der Hangar öffnen und zwar zieht man hierzu das hier raus. Und da kann man jetzt sehen, hier unten sind ein paar Teile dort. Ich hege das hier mal zur Seite. Und auch hier im Hangar sind ein paar Teile, da man den Satellit erst zusammenbauen muss, da ich halt nicht allzu viel Platz hier hatte, aber ich baue den hier mal schnell zusammen. Die zwei Clips auseinander und dann hier in die Seite. So. Hier noch hin und hier noch diese zwei Solarplatten. Und dann hat man hier auch schon diesen kleinen Satellit. Wie gesagt, hat er halt nicht ganz in das Space Shuttle gepasst, weil da halt sehr wenig Platz in diesem Hangar war. Und zum Schluss will ich euch noch einfach mal zeigen, wieso dieses Space Shuttle nicht einfach war zu bauen. Und zwar kann man hier sehen, ich habe hier an der Seite eine kleine Fliese, eine 1x8 Fliese genau sozusagen. Ja, und die hier zu befestigen war echt eine kleine Herausforderung. Und zwar kann ich euch das mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich nehme mir das hier mal ab. Und dann kann man schon sehen, ich habe hier Noppen hier oben auf der Seite. Und wenn ich hier das Ganze nochmal abnehme, kann man sehen, habe ich hier diese 1x1 Platten mit diesen Noppen an der Seite verwendet, um mir diese ganzen Teile an der Seite eben zu befestigen. Und bis ich da mal drauf gekommen bin, hat es eigentlich eine halbe Ewigkeit gedauert. Aber ich finde, das Endergebnis sieht eigentlich ganz gut aus. Das war mein selbstgebautes Lego Mini Space Shuttle. Wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Mal.